du kommst ziemlich nah an die also ganz nah an die ran wo nicht rennen oder was du doch kannst du bist du es ist bestimmt ja das siehst du auf dem korte nicht so der kopf ein schwein mann ist nicht die alte die bei pfeil im ohr hat ja die ist abgehauen das kettel ja Nein. So, hohe Reino. Ja ja. Wow. ich hab mich schon gekillt nebenbei ich sehe dich nicht seh dich oh 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 da lebt man die leben noch ne jetzt ist er tot falter falter naja gut ein Elch werden wir irgendwann nochmal finden gehen wir jetzt Richtung Haus oder sonst huckt es schon wieder einer in der Kacke ist dann dann ja ganz eigentlich ich denke mal damit geht er wieder denke ich mein sich ist uns schon noch spotten das ist bloß durch die bäume und sobald die sonne hinter den bäumen ist das dunkler ja es ist realistisch definitiv aber halt du siehst dadurch auch relativ wenig ist auch so ich würde bloß noch was trinken ich würde dann nur irgendwie mal pause machen wollen ich möchte nämlich mal auf die leckte bist müde aber können dann bald richtig schlafen das geht erst hier hinten das problem ist halt was findest du noch in der höhle anders gelaufen wir haben das gesucht was wir gefunden haben was wir haben das gefunden was wir gesucht haben so wir sind wieder da die rüstung ist fast dort meine corny so ich sammle schon mal wieder kleine steine und wenn der große da hat wird extrem abgezogen ja gut da kommen ja auch gleich auf die zucke er hat mir vierer weg gemacht wir sind wieder da darfst jetzt weiß nicht stecke holen stämme holen stämme holen und fallen lassen ja gut so ich wurde schon mal ausgesucht so zwei am takt ja da kommt unsere tante hallo schatzi habe ich blau bern gekriegt so 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 Es wird schon wieder Fenster. Es wird schon wiederholen. wie gut ist denn jetzt eigentlich die taschenlampe aber hier geht auch mit batterie aber die ist recht gut also das siehst du schon einiges was schon ja molotov cocktails ich habe wo ist der molly hier ist der molly Ich habe noch keine Batterien. So, die habe ich da rausgetan. Die Batterien haben wir ja hier, eigentlich. Wo ist denn unsere Batterien? Die müssten uns irgendwo mitlegen. Ich sehe es nicht. Da unten. Wo? Im untersten Regal. Das sehe ich nicht. Geh mal weg. Hier in der Ecke habe ich bloß Munition. Munition? Das ist Munition, ja. Batterien sind weg. Ich habe keine rausgelegt. Ja, ich habe auch keine mehr drauf. Ja, wo sind die Batterien denn? Das schmecken wir, ist da also... Ich habe die S-Palsern doch auch. Na gut. Dann müssen wir halt Obacht geben, dass wir nochmal welche finden. So. 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 Warum liegt der Fleisch draußen? Weil ich das rausgeschmissen hatte, weil das bei mir verkammelt war. Okay. Jetzt ist es bei mir um. Eine Wurstkrotter. Sag mal, ey, großes Fleisch habe ich schon mal eingesteckt. Ey. Ich mach sie mal. Hier mit Kruzeln. So. Jetzt ab ich mir mal. Ach. Och! Sechs. All Diese enfrentungen sind weg. Ach. Jackson? Ron? man sollte kisten wieder nur mache ich dann nicht erst mal was trinken auch trinken zur hälfte munter vor allem war ich voll also sehr schnell kann es nicht geben dann haben wir keinen halben Tag gemacht ich saß doch 8 Uhr und den kann deine kleinen steine ich habe jetzt erstmal keine steine habe ich da ein stück also ich habe noch ein paar sammeln weil deswegen eine zeitbombe kann nicht bauen hast du platine ja 1 2 3 4 5 und die höhle werden reingeben zeitbomben voll haben bei ich habe es eine zeitbombe gekriegt ja sie rennt zu dir warum fällt der brotten mir weiß nicht weil ich oder schade 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 dass ich mal die medizin verlaube dass ich mal und kelle mit ihm machen schade das gesammelt hat er keine kleinsteine sammeln ist ja doof und das fall und unser stocklocker ist voll oh jetzt am ende